Oh, der ist erledigt! Oh, der ist verwundert, deswegen. Ich mach's schnell, ich mach's schnell. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum dritten Part von Fate to Silence. Endlich haben wir ein bisschen herausgefunden, wie wir weiterkommen. Wir haben uns endlich mal einen kleinen Bogen hier gekraftet, um in der Wildnis auch den Arsch aufgerissen zu bekommen. Und ich seh grad, wir haben Hunger, also können wir grad wieder zurücklaufen. Ich hoffe doch, dass wir jetzt in diesem Part ein wenig weiter in den Norden vorrücken können, damit wir auch mal den Gegnern hier ein klein wenig die Hölle unterm Arsch machen können. Ich muss was essen, 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 herstellen. Ach Quatsch, ich hab doch in meinem Inventar was. Ich hab doch in meinem Inventar was. Schauen wir doch mal nach. Ich muss was essen. Da, die Wurzeln, die kann man nicht essen. Kann man auch nicht essen. Hey, ich will was essen. Haben wir nichts zu essen? Das gibt's doch nicht. Die Wurzeln muss man, glaub ich, erst braten, ne? War doch irgendwie sowas gewesen. Also nochmal schnell hier über die Feuerstelle. Hier. Genau. Machen wir das mal. Einmal. Einmal. Zweimal. Ich glaube, wir können einige von denen machen. Dann nennen wir noch mal ein paar mit. Leider können wir auch noch nicht sagen, wie viel wir da machen wollen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das reicht. Ich würde gerne ein Lagerfeuer mitnehmen. Lagerfeuer. Nicht genügend Ressourcen für ein weiteres Lagerfeuer. Nicht so schlimm. Was ist denn das jetzt? Achso, ja. Ich hab ja Hunger. Stimmt. So. Also. Gucken wir doch mal, dass wir die von dieser Lecker... Was ist denn was für gewesen? Ähm. Tü-tü-tü-tü. Da, genau. Nahrung. Ja, egal. Irgendeine Suppe ist das. Wer tut auch nicht bei einer Suppe so kauen, als würde er gerade in trockenes Brot reinbeißen? Ja. Unser hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich relativ viel Brot-Routons in seiner Suppe drin. Okay, wie gesagt. Wie viele Pfeile hab ich denn dabei? Sehe ich nicht. Was ist denn das überhaupt? Naja, okay. Wir begeben uns jetzt mal weiter. Durch die Wildnis. Ähm. Das Lager wird angegrast. Wo? Ich seh nix. Ich hör was. Scheiße, der ist doch hier irgendwo. What the fuck? Oh, von wo kommt der jetzt plötzlich? Der Bastard. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Fackel raus und los. Ich hoffe, das bleibt bei einem. Nein, bleibt's nicht. Hoch, hoch, hoch. Los, los. Einen haben wir. Oh, jetzt schlägt er auch noch daneben. Komm schon. Ja, ne ducken, du Depp. Los. Oh, das wird knapp. Der muss nur noch einen Schlag machen. Wir brauchen aber Energie. Jawohl. Ähm, den haben wir. Wir brauchen Leben. Wie laden sich unsere Leben auf? Verbandszeug oder irgendein so ein Schmarrn. Äh, dödödödö. Nochmal ein bisschen Suppe essen. Bringt das was? Ne, das bringt nix. Scheiße. Ich muss nochmal zurück ins Lager. Es führt leider kein Weg daran vorbei. Wir müssen nochmal ins Lager. Ich habe keine Energie mehr. Kein Problem, mein Freund. So, wir haben ein Lagerfeuer jetzt garantiert da unten. Ich sehe es unten links. Damit könnten wir probieren dann. So, erstmal müssen wir uns kurz erholen. Ich nehme an, ein, zwei Stunden werden reichen. Eine Stunde. Ich will ja nicht, dass gerade wieder Nacht wird. So. Kann ich Power-Näppchen machen? Ne, reicht nicht. Scheiße. Oh. Tut doch nicht so schwierig. Also gut, vier Stunden. Reicht das? Reicht immer noch nicht. Ja, toll. Können wir gerade durchpennen jetzt. So, voll aufgeladen. Keine Ahnung, warum wir jetzt plötzlich... Eben gerade standen da unten zwei Lagerfeuer. Jetzt haben wir nur noch eins. Wir haben auch etwas Hunger. Merke ich gerade. Das heißt, wir können auf jeden Fall, wenn wir draußen sind, wieder von diesen Wurzeln sammeln. Und ich möchte als allererstes jetzt endlich mal zu dieser Hütte schaffen und das Lagerfeuer da entfachen. Damit wir einen neuen Hauptstandort haben. Und nicht immer wieder hier bis nach hinten laufen müssen. Und der Bogen, der ist... Nix wert wahrscheinlich gerade momentan. Ich glaube, der macht nicht viel Schaden gegen diese... Ach, Dämonen oder was auch immer das sein soll. Das war, glaube ich, irgendwo dort hinten gewesen. Jetzt begeben wir uns schon wieder dorthin. Aktion, Holz, irgendwas. Ich bräuchte dafür eine Axt. Ich habe doch eine Axt. War das nicht so? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo eine Axt hergekriegt habe. Kann mich aber auch geirrt haben. Ach, ich muss das aber auch jedes Mal so hängenbleiben muss, kurz. Ich denke dann jedes Mal, das Spiel schmiert mir ab hier. Zeig mal her. Gibt es hier irgendwas zu holen? Das ist feindlich. Aber wir müssen trotz alledem in diese Richtung... Oh, dieser blöde Wind nervt ja. Hm. Ich hoffe, das funktioniert jetzt diesmal mit dem Lagerfeuer. Auf der 5 haben wir es gelegt. Da hinten haben wir was zu holen. Wir müssen ja endlich mal ein bisschen weiterkommen. Scheiße, ich höre... Oh, was geht denn jetzt ab? Wo ist denn der? Wieso höre ich das denn nicht? Ah, toll, sowas. Keine Ahnung, was das ist. Wir laufen einfach weiter. Oh, da hinten. Kein Bock, mich mit dem anzulegen. Mann, wo war denn diese blöde Hütte? Hm, zwei Pfeile haben wir noch. Natürlich gut, um was zu jagen, aber ich habe jetzt gerade... Nicht wirklich die Zeit dazu. Zeig mal her. Oh, da haben wir was. Eine Vorratskiste oder irgend sowas. Was ist denn da drin? Oh, Pfeile, Fackeln, alles was wir brauchen. Komische Essenzen. Oh, tipptopp, alles nehmen. Äh, nee, so alles nehmen. Schön. Die Framerate geht gerade in den Keller. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist das die Hütte? Nee, das ist so ein komischer LKW. Scheiße, wo war die denn? Mal auf der Karte gucken. Ah, hier. Marker setzen. Da ist die. Da ist gerade was. Hä? Hä? Das Auto ist gerade in die Luft geflogen da hinten. Ich sollte nicht im Hintergrund bei dem Gameran, dann merke ich. Das treibt ein bisschen die Framerate runter. Aber gut. Okay, wir sind bei der Hütte angekommen. Unser Lagerfeuer haben wir noch. Bitte, funktioniert das jetzt? Mit der 5 können wir das machen. Ja, aber wir können das freisetzen. Ja, ich mache das doch glatt hier drin. Nochmal 5. Ähm. Nochmal abbrechen. 5. Hier hin, hä? Ist doch eine schöne Stelle. Müssen wir gucken, da brennt mir jetzt sicher noch das Haus dann ab. So, sehr gut. Perfekt. Das funktioniert jetzt genauso, wie das, was wir da oben hatten. Gut, gucken wir doch mal, ob wir uns noch irgendwas craften können hier. Was ist das? Das können wir für einen Bogen. Verbandszeug, das ist sicher gut. Nochmal ein bisschen Verbandszeug hier. Wie viel können wir denn machen? Also mindestens noch eins. So. Was zu essen, auch wichtig. Da machen wir uns gerade mal alle. Was brauchen wir denn für eine Axt? Ist das eine Axt überhaupt? Wo steht denn das? Holzfälle-Axt. Hier. Unverseuchtes Holz benötigen wir dafür. Oh, hier können wir sogar Rüstung herstellen. Also eine Axt. Unverseuchtes Holz. Das ist das Zeug, was manchmal auf dem Boden liegt. Wie sieht es denn von der Tageszeit aus? Hm. Nicht so schön, als wäre der heute, ne? Egal. Also, wir brauchen unverseuchtes Holz. Sehen wir hier irgendwo was? Nett. Wirklich. Da haben wir Sachen. Das da hinten könnte Holz sein. So, schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Nee, auch nicht. Da hinten ist was. Den erledigen wir. Auf geht's, Leute. In den Krieg. Oh, Bastard. Der schießt da einfach irgendwas. Der kommt schon. Der wird ein Nest ausgelöst. Mann, ich weiß noch nicht was. Warte mal, bis ich den erledigt habe. Ich hoffe, da irgendwas steht. Ich bin ein Nest ausgelöst. Okay, pass auf. Irgendwas. Ein Nest ausgelöst. Drücke mehrfach hintereinander. Danke. Das war jetzt Feuerholz. Toll. Das ist das da hinten. Warte mal. Was, 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 was? Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Was? Oh, nee. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Habe ich es geschafft? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Was war denn das? Was muss ich denn da machen? Okay, nochmal probieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe es geschafft, oder? Oh, da ist zumindest nicht mehr viel da. Ey, ich habe es geschafft. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich habe es geschafft. Kann man das jetzt... Ich kann jetzt da irgendwas aufnehmen. Ich muss aber zurück nochmal ins Lager schnell, weil ich bin zur Hälfte vereist. Um mich ein bisschen aufzuwärmen. So. Ah, man hätte es auch wirklich so machen können, indem wir einfach das, ähm, ja. Das Zeug da reinballern. Aber okay. Kurz ausruhen. Machen wir acht Stunden. Du, 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 du. Ist es Nacht? Das wollen wir ja nicht. Ist es Nacht? Ich weiß halt, wo haben wir hier irgendwo die... Ja, ja, es ist Nacht. Also nochmal acht Stunden. Ö, das Feuer ist aus. Nein! Das hält nur ein paar Tage. Ich hätte es doch hier drin machen sollen, ich depp. Och, nö. Das heißt, ich darf jetzt nochmal hinterlaufen. Und ich bin auch immer noch vereist. Aber das hat nicht ganz gereicht. Ah, deswegen ist es nicht Nacht. Ja, das heißt, wir dürfen uns nochmal... Laufen einfach einen kleinen Umweg. Da hinten ist ganz viel Zeug zu holen. Wir müssen nochmal zurücklaufen und uns einen Lagerfeuer nochmal neu machen. Das war gerade ein bisschen dumm von mir, dass ich das auf den Boden gesetzt habe. Aber das konnte ich ja echt nicht ahnen, Leute. So. Hier haben wir Zeug. Hier haben wir Zeug. So. Ich hoffe, dass der uns da hinten nicht sieht. Sonst wird uns der Arsch aufgerissen. Ah, nee. Komm, lassen wir den. Ist das unsere Spur wohl? Die hier am... Nee, glaube ich nicht. Ähm, da müssen wir hin. Genau. Oh, das ist wieder so eine Kiste. Die holen wir uns. Ah, das ist unser Magen, wo er so knurrt. Ich dachte die ganze Zeit schon. Uns läuft irgendein Tier hinterher. Wow. Nehmen. Pfeile. Sehr schön. Es wird Nacht wahrscheinlich. Also das sind auf jeden Fall noch mehr von diesen Nestern, die wir dann ausschalten müssen. Aber nicht jetzt. Boah, ey. Bevor Nacht wird, will ich aber schon gerne eigentlich da hoch. Wir machen uns auf den Weg für ein Lagerfeuer. Oh, so. Lauf, Forrest, lauuf! Wir haben Hunger. Komm, wir essen was. Sonst verhungern wir noch, nachdem wir uns da vor uns Lagerfeuer gesetzt haben. Medizin, bla, 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 bla. Warte, wir haben da was zu essen. Suppe. Wer findet nicht auch in so einer kalten Höhle eine warme Hechte Suppe in der Tasche drin? Kann man immer brauchen. Hm. Wir wurden entdeckt, hab ich das Gefühl. Der Schleier. Refugium. Aktionsmenü. Tab. Nö, jetzt nicht. Ja, ganz bestimmt, wenn ich hier mitten auf der Fläche stehe. Das Blut. Ey, erschreck mich doch nicht so. Blödes Scheißteil, ey. Sehr schön. Also, derselbe Trott nochmal. Wir setzen uns hier ran. Herstellen. Lagerfeuer. Eins. Ich nehme mal zwei mit. Dann haben wir sie. Oh, eine Holzverlagst. Ein bisschen Süppé. Geröstete Bitterwurzel. Brauchen wir dafür. Medizin und Fasern, das lassen wir jetzt mal beiseite. Können wir uns mal ein bisschen erholen. So, acht Stunden. Geht das gefroren, der geht doch wieder weg, oder? Ja, tip top. Und nochmal acht Stunden. Aber dann haben wir natürlich gerade wieder Hunger. Ist okay, 16 Stunden schlafen, der hat Magennot schon wieder. Ah, jetzt stürmt das schon wieder so, so ein Scheiß-Dreck. We'll split out your belly. So. Der Hunger fließt ein Loch in deinen Bauch. Habe ich gemerkt. Aber gegen das hilft zu betrunken, mein Lieber. Oh, schon wieder so einer. Ich habe keinen Bock. Aber egal. Den schaffen wir. Los. Der hat uns gesehen. Oh, Mann. Okay, okay. Das war nicht so... Okay, war dumm. Der blockt. Ah, der hat ja fast kein Leben mehr. Was geht denn hier ab? Los. Ah, der war wahrscheinlich noch so ein Überbleibsel vom letzten Mal. Okay. Der ist grün. Hat das was zu bedeuten? Für mich nicht. Ich greife den trotzdem an. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ja, so ist gut. Oh, der blockt das blöde Ding. Ähm, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie man geblockt hat. Los, nach hinten. Oh, das geht's doch nicht. Äh? Scheiße. Siehste, das kommt davon, wenn man zu wenig kämpft. Ich habe nicht mehr gewusst, wie man blocken kann. Ja, nicht so schlimm. Wir haben ja noch unser Zeug. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir haben doch noch unser Zeug, oder? Ja. Ah, komm. Rüsten wir mal die Axt noch aus hier. Gegenstand ausrüsten. Öh, gegen die Fackel. Ja, die sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt reißen wir da draußen den Arsch auf. Der ist nämlich noch da. Ich sehe ihn doch. Wir haben, glaube ich, aber auch nur noch zwei Leben. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn wir keine Leben mehr haben. Wir haben auf jeden Fall ein Lagerfeuer verloren, sehe ich gerade. Wie auch immer das passieren konnte. Wir hatten ja zwei gemacht, oder? Ja. So, mein Freund. Jetzt spalte ich dir den Arsch. Hä? Wo ist denn der hin? Hä? Ich habe den doch eben noch gesehen. Wo waren der... Oh, so mühsam. Es ist einfach weg. Oh, das ist übelst kalt draußen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir zu der Hütte wollen. Ich hätte auch Tränke und so Zeug nehmen können, nicht Depp. Was ist denn das hier? Inventar, Überblick. Au. Ja, stimmt ja. Ressourcen. Gucken wir uns im Lager am besten an, das ist sicherer. Und das ist wahrscheinlich Inventar. Ja, nee, das können wir ja mit Dings öffnen. Wir sind im Jagdgebiet. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir jetzt gerade noch ein paar Rehe finden. Wenn die nicht schon alle abgehauen sind. Da. Jetzt wird gejagt, meine Freundin. Ist die Frage, brauchen wir einen Schuss oder mehrere? Ja, ja, ich weiß. Nein! Der haut ab. Der war das da hinten, war das gewesen. Daher los. Ich weiß, es ist kalt, Junge. Oh, der ist erledigt. Oh, der ist verwundert, deswegen. Ich mach's schnell, ich mach's schnell. Oh. Das war cool, irgendwie. Oha. Oh Gott, wir haben keinen Platz mehr. Okay, okay, wir frieren. Ich merk, wir frieren. Ey, der Sturm wird ja immer schlimmer. Was geht denn hier ab? Scheiße, ich seh nix mehr. Drücke Tab, mach ein Feuer und wärme dich auf. Nee, ich schaff das noch so. Ey, ich schaff das nicht mehr. Okay, ich muss das so machen. Ich mach's aber auch genau da, wo der Scheiß Schnee ist. Nein! Okay, wir sind uns beeilen. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Hier müssen wir hin. Laufen wir wenigstens in die richtige Richtung. Hä? Oh, shit. Ey, wir kommen kaum voran. Was geht denn hier ab? Ich seh aber auch nix. Ey, kannst du vergessen, das schaffen wir nicht, oder? Ich seh ja überhaupt gar nix bei dem Sturm hier. Zeig mal auf der Karte. Vergiss es. Vergiss es. Was machen wir denn jetzt am besten? Können wir aber viel verrecken. Scheiße. Holzfällen. Ich hab jetzt keine Zeit zum Holzfällen. Wir sind jetzt an Zeit nicht mit Bäumen machen. Na, trinken sie. Verdammt. Wir können es aber auch. Doch, da kann man sich irgendwo einen Schutz suchen. Ja, das bringt mir jetzt auch nix. Oh. Wir sind schon hier. Oh, wir könnten es theoretisch sogar noch schaffen. Oh, das wird richtig knapp. Ich merk's. Ich kann ja nicht mal rennen. Jetzt musst du gucken. Jetzt werde ich auch noch angegriffen wahrscheinlich gleich. Minus 16 Grad. Lauf, das schaffst du. Na, super. Ich muss noch ganz da hoch. Wir haben noch die Hälfte der Leben. Ohne zu erfrieren. Ich glaub, das ist sowieso unser letztes Leben, was wir hier haben. Komm schon. Sind wir hier richtig? Oh, das gibt's doch nicht. Zeig her. Ja, doch. Wir sind hier richtig. Wo ist denn die Treppe, wo es nach oben geht? Oh, da hinten. Scheiße, wir sind ein bisschen zu weit gelaufen. Komm schon. Komm schon. Oh, bitte. Die Treppe hoch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, ja, das schaffen wir. Hast es gleich geschafft, Junge. Oh mein Gott, war das knapp. Wir haben es geschafft. Verdammt. Erstmal aufwärmen hier. So, meine Lieben. Steht, wir sind bei der Zeit leider schon angekommen. Wettergebnis beendet. Das bedeutet, ich werde den Part an der Stelle jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder schreibt mir das Kommentar unter meinem Video, denn ich kann das gebrauchen für die Motivation und so, weißt du? Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein, bei Fate to the Silence. Und bis dahin würde ich sonst sagen, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ciao. Bis zum nächsten Mal.